Herzlich Willkommen bei dem Mayhofen Frisky Open 2014. Heute ist schon der zweite Tag. Perfektes Wetter wieder, aber gestern ist es auch richtig rund gegangen. Wir haben einen super Trainingstag gehabt und von dem schauen wir uns jetzt ein paar Fotos an. Und österreichische Meisterin 2014 im Slop-Style freut mich sehr, representant Nordica, Filo Bayer. Siegerin bei den Mädels, Mayhofen Frisky Open 2014. Auch sie wird in Sochi-Staaten aus Deutschland. Geiles Event, super Wetter. Supers Tag, dass ich gewonnen habe. Ich bin österreichische Meisterin geworden, was mich voll freut. Hat alles gepasst, gutes Wetter. Glückwunsch. Hallo, ich bin Marco Lerner, ich bin 15 Jahre alt. Die österreichische Rookie Meisterwahl im Slop-Style. Das hat mich schon getaubt. Der Slop-Style hat mich voll getaubt. Ich bin froh das Segunen an und geiles Wetter. Ich bin zufrieden. Gratulation an alle Fahrer. Ich freue mich jetzt schon auf morgen, denn da wird es nochmal richtig krachen. Heute Open Class Buy. Wieder mal strahlend blauem Himmel. Perfekter Vance Banking Park. Ich bin gespannt, was die Jungs uns zeigen werden. Let's check it out. I'm really stoked to announce that it's none other than Victor Thomas Boltzmann. Auf den Zweifel kommt auch mal aus Österreich. Und er ist Daniel Wallkofer. Daniel Wallkofer. Mein Run ist mir super aufgegangen. Und ja, österreichischer Meisterwahl am 2. Platz. Da braucht man viel. Der große Sieger gewinnt am Mai Open FreeSky Open 2014. Der junge Mann kommt aus der Schweiz. Und er ist André Rackettli. Hey! Heute war es mega schön. Ich habe ihn gewonnen. Es ist voll geil. Und er wird nächstes Jahr hoffentlich wiederkommen. Jetzt ist es wieder sie auch gut zu ver kant. Vielen Dank.